Die deutsche Umwelthilfe dürfte sich zuletzt recht unbeliebt bei den deutschen Autobauern gemacht haben. BMW verwehrt sich nun gegen aktuelle Kritik. BMW streitet den Vorwurf der Manipulation ab. Quelle, Armin Weigel, deutsche Presseagentur BMW, hat Vorwürfe der deutschen Umwelthilfe, DUH, zurückgewiesen, der Autobauer habe in einem Dieselmodell eine Abschalteinrichtung eingesetzt. Es gibt bei der BMW grob keinerlei Aktivitäten und technische Vorkehrungen, den Prüfmodus zur Erhebung von Emissionen zu beeinflussen, teilte der Konzern mit. Die DUH hatte nach Tests mit einem 2016 gebauten BMW 320d mitgeteilt, die Abgaswerte legten den Verdacht nahe, dass der Autobauer eine sogenannte Abschalteinrichtung genutzt habe.